Das Hotel Libibi Paradis Blau Exibibi Aquarium liegt in Kalanporta in Menocca. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 14 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 14 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,6 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,1 und 6 Sonnen bewertet. Service Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,9 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein Die Kategorie Hotel Allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,4 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 1,9 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.